Alina, komm mit und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ConanXLs. Wir sind in der namenlosen Stadt und hier gibt es Gegner und und Tote und was auch immer noch alles. War ich hier schon? Ne, oder? Was ist das eigentlich? Schnauze. Hm. Was ist das? Und? Oh, ich bin ums Hängel. Verdammte, kacke. Gibt es nur die Flucht nach vorn? Oder auch nicht, weil ich liege am Boden. Scheiße. Alina. Mach was. Alina, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und sie tanzt. Wenn sie tanzen kann, ist sie glücklich. Wenn sie glücklich ist, bin ich das auch. Das ist eigentlich von viel. Irgendwas für Monodiedes. Aus der Bahn. Aus der Bahn. Geht's denn hierhin? Drücke E. Enter. Zum Interagieren. Vergesst es, es ist zu gefährlich. Und so weiter und so fort. Ich kann das nicht lesen, denn ich werde angegriffen. Finde ich aber nicht sehr nett. Jetzt reicht's mir. Das möchte ich lesen. Jetzt bin ich ein Geist. Ne, durch Geist. Unsichtbar. Was haben wir denn? Tagebuch eines Reliquienhändlers. Vergesst es, das ist zu gefährlich. Das habe ich Ihnen gesagt. Natürlich hat das niemand interessiert. Und jetzt sind wir hier und suchen irgendeinen Gottverdammten Schatz, der längst vergessen ist. Alles, was wir haben, ist das höhere Gefasel. Dieses Altenarren. Unter dem Pfad. Das Archiv. Das Archiv. Immer und immer wieder. Ah, das Archiv. Fragt man gleich, dass man dann irgendwie... Hops. Ah. Wenn man dann den Archivar findet, was hier dieser große Typ gesagt hat. Das braucht eine Verteleportation. Ich habe noch keine Ahnung, wo das ist. Die ist jetzt auch schief. Wo sind das eigentlich schon welche? Schatzjäger. Hallo. Reliquien-Schatzsucher. Ah. Wieso greifen mich eigentlich immer alle an? Wieso greifen mich immer alle an? Was animierend reimburseigen? Nein. Was steht? morgens nochmal. Los, Fleisch essen. Was schießt denn auf mich da, Dödel, hier? Fleisch essen! Hm. Fleisch essen. Fleisch essen. Ach, die tanzt da oben, die alte. Ach, Alina. Du stehst oben und tanzt. Das ist das einzige, was du machst. Morat aus dem Sand. Den werde ich gerne haben. Ah, es kämpft ja da oben gegen die untotende einer. Da trieb eine schon. Da war ich auch noch nicht gleich da hinten. Oder? Doch, da war ich schon. Oh, nee. Ich denke mal, den werden wir nicht besiegen können, den Trupp hier. Ich versuch's trotzdem. Na gut, halb tot ist er ja schon. Na komm. So viele Kopftreffer und da sind wir noch nicht tot. Und sie tanzt einfach, als ob nichts wäre. Aber es wird auch dunkel. Ah, verdammt. Na vielleicht noch drei Schuss. Nein, nein, noch ein Schuss. Glas und Eisenbahn, oh. Die kämpfen immer noch zu oben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So, Nacketeil. Ich bin tödlich wie eine Schlange. Die einäugige Hosenschlange. Na, der hält aber nicht so viel aus, der Kerl hier. Habe ich da wenigstens noch ein paar Fosern hätte. Hätte ich wenigstens noch ein bisschen Licht machen können. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, es ist zu dunkel. Ja, der macht doch, isst doch sein Fleisch. Wenn ich nichts mehr sehen würde. Schon hat er ein Kamau-Spiel des Dunklen. Man sieht nichts. Ich sehe dasselbe wie ich. Nichts. Mach das gleich hinüber. Aha. Ja. Äh. Wo ist Alina hin? Alina? Alina Irgendwo bei mir Ich seh sie aber nicht Ich seh sie nicht, ich seh überhaupt nichts Da ist sie Ja ohne Fockel hier hinzugehen, das ist wirklich scheiße Sieht überhaupt nichts Ah, Licht Marina, komm Komm Ah, ich will da eigentlich noch hier hin Ja, da sieht man, ging es jetzt auch mal weiter Hier gibt es noch eine Verbindung Ging mal hier hin Ging hier hin, sieht man es im Wasserreservoir Das ist ein Aquädukt Hier ist es kaputt Hier ging es jetzt weiter Ging wahrscheinlich hier drüber Wahrscheinlich ging die Wasserversorgung Wahrscheinlich bis hier Das ist jetzt wahrscheinlich alles ein Aquädukt hier eigentlich Ging mal hier hin Ah, die Stadt wird dann versorgt mit Wasser Von hier oben Ging mal hier oben weiß nicht Ich habe fast kein Wasser mehr, ich müsste langsam mal wieder was trinken. Alina, wenn wir stärker sind, kehren wir zurück. Ich glaube im Moment ist das noch viel zu schwer. Es ist auch eine Festung da drüben. Das hier oder das hier wahrscheinlich. Hier ist auch noch so eine Befestigung. Hier ist auch so ein kleines Kulisseum oder irgendwas. Da geht es auch noch weiter. Hier sieht man, gibt es auch noch was an welche Befestigungsanlagen hier noch was. Der Südaquadukt. Ich habe doch gesagt, es ist ein Aquadukt. Habe ich doch gesagt. Oh oh, ist da ein Sturm. Geht es hin, wenn ich hier weitergehen würde? Hat das auch irgendjemand? Vielleicht kommt ein Sandsturm, das gefällt mir gar nicht. Und ich habe keine Maske. Da hinten kommt der Sturm. Da hinten! Untoter! Ah, scheiß drauf. Malina, komm. Wir haben andere Sorgen. Lass den Untoten sein. Der ist auch noch alleine untot. Was ist das eigentlich? Ach, die Festung hier. Hm. Interessant, was es hier alles noch gibt. Hm. 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 Allina. Ah, da ist er ja. Hm. 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 Hier ein Wasserfall, Türmchen, Mauern, das war wahrscheinlich gewesen, was der gemeint hat in der Stadt, dieser Riesentyp. Die Menschen aus dem Norden verteidigt mit seiner Mauer, hier sieht man die Mauer, zack, 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 die ging wahrscheinlich überall hier lang, wahrscheinlich dann die Menschen aus dem Norden von der Stadt abgehalten, ging jetzt auch mal eine Brücke lang, wie es aussieht, hier drüben, wahrscheinlich mal hier hin, Tja, Alina, jetzt müssen wir aber irgendwie doch hier runterkommen, aber vorne habe ich eine Treppe weggesehen, da müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal zurücklaufen. Vorne am untoten Krieger vorbei. Mehr verstärktes Leder, erforderlich. Falls euch denkt, worum ich diese verstärkten Bögen habe überhaupt, hier habe ich den, wie soll ich sagen, bekehrten Bogenschützen abgenommen, die ich dann nochmal bekommen habe. Weil selbst kann ich Italiener nicht bauen, weil ich halt kein verstärktes Leder habe. Hm, ich dachte, das wäre was im Abbauen. Kohle. Also, die Kugel ist immer wieder auf dem Weg. Oh, ich bin jetzt in. Okay, ich bin jetzt in. Alina, komm, wir müssen irgendwie nach Hause kommen. Wer wüsste, wie das hier geht. Boah, wie das aussieht. Was ist diese Felsformation? Ah, Spinner! Eisen, Erz und Kohle. Und eine Höhle. Die Höhle des Webers. Wahrscheinlich warte ich aber da so eine riesige Spinne, die wir sowieso nicht besiegen können. Die Höhle des Webers. Mein Getreuer ist eine Stufe aufgestiegen. Bop, 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 und das Viehfeld rund noch. Oh! 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 Die Höhle des Webers. Die Höhle des Webers. Die Höhle des Webers mit dem Hebel des Webers. Alina? Ah, tem o roso agora. Ach du Scheiße. Mich will so wenig Schaden anrichten bei der Spinne. Glaub ich können wir das vergessen. Alina, wir kämpfen hier auf verlorene Posten. Auch diese Spinne ist einfach noch viel zu stark. Ach, hier ist die Höhle. Ah, da ist die Höhle. Ich würde es im Prinzip schneller gehen, wenn wir hier lang laufen würden. Ja, ich will doch nur nach Hause gehen. Warum kann mich die Tierwelt nicht in Ruhe lassen? Die Reisstraße. Na ja, das ist eine Prachtstraße hier. Ging es lang. Na ja, gut, ging wahrscheinlich dann hier lang. Die Sklavenstraße. Ah ja. Ich dachte, das wäre so ein sprechender Stein hier. Aber ich habe mich getäuscht. Da liegt das noch ein Haar von Kohle. Das ist ein Eisnerz. Ah, die Sehen gehen mir auf dem Sack. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. 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 Oh, das rühren langsam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, Eisnerz! Ah, das ist auch Trüner Fledermars-Turm. Vielleicht schaffen wir es sogar noch bis dahin. Genau, da geht es auch noch so ein Daffari-Lager-Camp. Ach, da sind diese komischen Steinnasen. Hä, hä 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 hä. Oh ja, da gab es auch eine Brücke eigentlich. Oder eine kaputte Brücke zumindest. Ja, das ist das. Oh, Schwefel. Ach, dazu die Brücke. Der Getreuer ist aufgestiegen. Der Getreuer ist aufgestiegen. Ah, die Antilope können die Frau selber töten. Da helfe ich ihr jetzt nicht. Gut, ich helfe ja doch. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Den will ich nicht hören bei den Hyänen. Kluft der Verwüster. Ach, Scheiße. Da fahre ich hoch. Ah, sonst sehe ich aber nichts in diesem komischen Lager. Wie lange braucht denn die? Und da verteilt sie auf ihren Sieg. Sie hat gewonnen. Sie tanzt. Den Tanz des Todes. Kriegstanz gelernt. So, ich würde sagen, wir gehen noch schnell hier hoch und räumen noch hier in diesem Lager auf. Der verfluchte Weg. Juck Priester. Hm, Eisenbaum. Ich würde sagen, da werde ich jetzt auch die Folge beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Oh, oder andere Videos. Und, ja, in der nächsten Folge werdet ihr jetzt sehen, wo ich dann bin. Wahrscheinlich bin ich dann bis dahin schon wieder offline dann nach Hause in die Basis gelaufen. Weil den Weg muss ich euch da jetzt nicht noch zeigen, wie ich dann... Ich dann nach Hause laufe durch bekanntes Gebiet. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.